Hallo meine Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von ALPHA Und hier liegt auch noch was Und da würde ich sagen, Felix lass mal zaubern Felix lass zaubern Wo liegt was? Also ich garantiere nicht, dass es wohl... Ich würde weiter weg gehen Moment, warte, warte, warte Ich habe Angst, ich habe wirklich Angst Ich auch Wie weit weg muss ich denn? Warte, warte mal, warte mal Kurz, fang noch nicht an Warte mal, wer den Multiplayer-Knopf gefunden hat Ich tue mal lieber einen Sicherheitsabstand nehmen Und gehe hier auf den Baum Ich hoffe, ich hoffe der Abstand reicht Das ist schade Ich werde immer an mich reichen Das ist mein... Aber wieso kommt denn die Kacke da raus, Mann? Geht da wieder rein? Das ist gerade Bild für Götter hier Das ist Bild für Götter Ich bin ein Gottesanbieter Ich sehe es schon kommen Das Charlie wird so verrecken Ja Ich so Heilige Matrix Das Felix Felix, da passiert nichts Da kommt nur Sperma raus Das kann ich auch Felix ist es nicht gefährlich So nah dran zu stehen Äh Fratis ist Tronic Ich... Guck mal, guck mal, wo ich stehe Guck mal kurz nach oben auf den Baum Das Alte mal auf dem Tisch heißt Widder Skeleton Skull Oder ich weiß nicht, ob das richtig ist, was wir machen Moment, Widder, äh, Felix Felix, du wolltest nicht den Widder beschwören Nein, da drin ist nur Widder Star Felix, Felix, guck mal nach oben auf den Baum Wenn ich einen Pilz reinnehme, geht es kaputt? Nein Nein Geh, ist Pilz sicher, Pilz sicher Äh, geh da mal weg, ich lese mal kurz nach, ob alles so richtig ist Ich habe keinen Optifine, deswegen muss ich mal ganz kurz Nein, die blaue Grütze muss noch ein bisschen nachfüllen, ne? Das ist noch nicht fertig Ich wag mich mal ein bisschen näher ran Das muss ja richtig sein, aber der Alte hat es eingesogen Es dauert einfach eine halbe Stunde, bis es fertig ist Irgendwie, irgendwie sieht es schon gefährlich aus Aber es sieht auch geil aus Sieht sehr interessant aus Ich will wirklich hier Warte Einspringen Bitte sag einspringen Ja, ich bin gespannt, was da draus wird Willst du noch mal nach? Ja, falls irgendwas fehlt Ist es fertig? Und was ist es passiert? Äh, nix Wartig nur Wow Spannend, was ist passiert? Heilige Zauberei Nix Wie ist es echt nichts passiert? Äh, es hat sich nur, weil es was verzaubert haben Und was hast du verzaubert? Oh, was warst? Ein Zauberstab, gib Nein, siehst du das da, was an der Wand da leuchtet? Was? Nein Ja, das leuchtet, ja, das leuchtet an der Wand Gelb Und jetzt? Mit so Schriftzeichen drauf Nein Nein Das sieht nur der Auserwählte Jetzt gib mal, gib mal, ich möchte es auch mal testen Gib mal Gib, ich bin im Auf, gib, ich habe vorrangig Könnte ich bitte mal den Zauberstab ausprobieren? Cool, Martin Bitte, Felix Nein Aua Ah ja, ich habe vergessen, die Pause, die kann manchmal einfach von selber Feuer fangen Achso, ja, achso, das war ich gar nicht Mit Restklick, oder? Ja Ich will auch mal Und was kann man damit jetzt genau machen? Leuchtet Wie, wie? Geil, gib auch Moment Ne, jetzt ehrlich auf Kann man, kann man damit irgendwas machen? Es leuchtet Wie, es leuchtet, es leuchtet an der Wand und das war's Ja, ich wollte es mal auch haben, aber bald kommt noch die geileres Es, es leuchtet an der, okay, ich gehe wieder was Sinnvolles machen, tschüss Ich zeig dir von nachher noch was Das ist alles Oh Gott, ich, ich fange teilweise echt ein bisschen an zu brennen, dir, das Lava fühlt sich immer so ein bisschen Warte, warte, warte Ich glaube, es braucht echt so ein, was, was mir so ein bisschen cool Dings gibt Nächstes Wiederhaben Also, wenn man links klickt, drückt auf den Steilstein, da kommt da Ne, ne, du musst rechts link auf den Stein klicken Ja, aber ich meine, da kommt ein paar Sachen raus Wo bist du hier? Weißt du, er baut sich einfach einen Stab Dadurch leuchten Blöcke bunt, das ist, weißt du, und dafür so ein Aufwand, wow Ich kann auch einfach, ich, die meisten Blöcke kann man auch einfach einfärben, wenn du unbedingt verschiedene Farben haben willst Weißt du was, aber nein, das kann nur eine Farbe sein Ich mach lieber was Cooleres, ich beschmeiß dich dann nachher mit brennen Fledermäusen einfach Moment Oh ja, geil, ich geh mal zur Wahl und, äh, toll Brennende Fledermäuse, ja, du Okay, dann komm ich Also, brennende Fledermäuse hört sich auch schon interessant an, oder? Meteor Defend Gun Komm schon noch mal kurz zu mir, bitte Ey, ich wollt eigentlich gar nicht versprennende Fledermäuse machen, aber ey Och, komm jetzt, warte kurz, die brennen, die paar Ja, aber ich kann warten Die können nachher brennen, oder? Die kommen hier in das scheiß Haus rein Patrick, ich geb dir einen Tipp, was ein Spiel du mal spielen musst mit ein paar Leuten Was denn? Äh, Cards Against Humanity Kenn ich, kenn ich, kenn ich, hab ich schon Hab ich, das müssen wir echt mal aufnehmen, das machen wir noch Machen wir noch Hast du mich abgeknallt? Ja, was ist los? Der Baum brennt Was zum? Äh, brennt's Der Baum brennt recht Hm? Was ist? Hab ich irgendwas falsch gemacht? Und etwas? Was hat er angezündet? Deine Mutter Und sie brennt immer noch Wow Ich kann dich riechen Ich schließe, Malturi, jetzt größer Ah, jetzt ist sie größer Ist Sonic, wie gesagt, nerv nicht Ich hab immer noch ein Portal Alter, aber brennt jetzt die Wohnung Da brennt ja gar nichts Ihr habt grad einfach der Tisch angefangen zu Warum fängt alles an zu brennen? Mein Gott Nimm die heilige Pilz Nimm die magische Miesmuschel Die magische Miesmuschel will von dir, dass du mein Opfergabe annimmst Das ist ganz ordentlich Dafür muss er mir jemand opfern Ich brauche Lava bald Einer, füg dich Meine Ohren, mein Gott, Valentin Habe ich umzubringen Auf Auf, brennt hier alles Na, wohl Sind wir etwa im zweiten Er Sachen anzündet Moment What happened? Was soll ist denn das? Oder kann man hochspringen? Ey, das macht was Schmeiß mal der Items rein Ah, okay Pilzappe los Macht der jetzt grad spannendere Zauberei oder? Doch nicht Also Pilzuppenzauberei Los, Pilzappe Tschüss Verbraten Muss nichts zufällig er hacer in Ignites machen oder? Mehr ey, ne Du hast doch da, Bricks Wie mach ich das Was? Das doch da, Nethe, Bricks Was braucht'n Wieso wollen immer wieder alles? Brauche ich Verdammt ein Zelder, mein Gott Was ist das denn? Alter, das ist ja nicht Wer baut, hier alles anzuzünden Du fängst alles wieder an anzuzünden. Ah, wo hab ich zu töten? Fängst an, alles anzuzünden. Ich darf nicht mein Feuerzeug machen. Mensch, du elendiger Hitler, du. Für was brauchst du das? Für meinen, äh, ist gut für den Sprint-Mod. Wieso hab ich ein Firestorm? Was macht das? Für, 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 für die Basic Machine Casing. Da kannst du doch auch was anderes nehmen, oder? Ja, dann mach mal bitte. Dein Böder! Du fährst ja hier schon wieder ins Ei rein! Ich brauchst du das und ich hab kein Feuerzeug. Das Servo-Motor brauchst du, oder? Ja, ja, ich brauch vier Servo-Motor. Pneumatik Servo! Ich geh zu Patrick. Moment, was? Nein. Doch, ich hab nichts zu tun. Es ist schon das da, Sulf, okay. Ja, dann mach mal bloß. Meine Insel ist fertig, also kann ich jetzt hier was bauen, oder so. Deine Insel ist fertig, müssen wir mal angucken. Naja, es ist schon alles in der Fall. Was wollte ich grad eigentlich machen? Boah, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaub... Soll ich töten vielleicht? Auf zum Heiligen Palast der Unnötigkeit! Oh. Oh. Hast du gerade Kühe? Was ist ein Salvage? Patrick macht sich gerade an Kühen anzuhören. Aber warum brennt du ja an es? Weiß es nicht. Warte, ey, deshalb müsst du es ein oder die verbrennen vielleicht bald noch. Warte, ich bin gerade an der Kühe. Ha, 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 ha. Warum brauch ich da für's plötzlich komplett andere Sachen? Ja, was denn? Ey, deshalb müsst du die einrund und die verbrennen vielleicht gleich. Wie komm ich runter, Patrick? Dankeschön. Patrick, Patrick, komm ich aus dem Scheißdorf runter. Was für'n Türm? Das ist einfach kack'n Haus. Wie kann ich meine Hose aufladen? Ey, ne, du Sinn. Hä, warum brauch ich da für's plötzlich komplett andere Sachen als vorher? Ich hab'n Haustier, ja. Wie war das, ne? Hier so mein, ne? Ah, da bist du ja. Okay, jetzt brauch ich plötzlich irgendwie das Rollen heute wieder. Hi! Hi. 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 Nein. Okay. Den du die scheiße Soße in den linken Slot da reinwürfst. Ja, den linken Slot, zack, immer noch 0 von 0. Nee, in die Kiste hier oben, Walle. In diese Kiste. Was, in welche Kiste? Hier oben. Da rein liegen. Ja. Ach ne, ich brauch ja trotzdem den Kuck hier. Diese, diese elendigen Dings, Pilzsuppen von der Story. Ja, es ist immer noch Energy 0 von 0. Wie wichtig ist es hin, dass es überhaupt Energy aufnimmt? Wie du mit Batterie einbaust. Du hast so viele Kissen, Patrick. Hä? Pulver West Coal. Pulver West Coal, Pulver West Coal. Pulver West Coal. Warum geht das nicht? Drei so anordnen, dann müsste das rauskommen. Aber das tut es nicht. Ist das wieder ein Bug? Ich denke. Okay. Muss ja. Ach ne, jetzt hast du, jetzt hast du ein Hand of Blood Kopf. Wieso Hand of Blood Kopf? Oh ja. Ja, aber es packt mal wieder rum. So was krie... Warum? Was brauchst du dafür? Ich mach... Will Raw Carbon irgendwas machen und brauch dafür drei Coal Dust. Ordnet dich so... Oder beziehungsweise drei Pulver West Coal. Ordnet dich so an, aber es kommt nix. Moment. Pulver West Coal... Ich guck mir, das ist auch mal kurz... Moment, Moment, Moment. Pulver West Coal von Thermal Expansion. Ja. Ach, Skowl. Was? Nein! Ne, das ist schon... Ja, Skowl. Raw Carbon Fibre. Da brauch ich doch... Wie war's? Für welches Item? Für den Iron Cruster selbst oder für was anderes? Für einen Iron Cruster, ja. Also... Beziehungsweise für den... Advanced... Doch, da brauchst du... Da brauchst du... Carbon Plates. Ja, klar! Und die krieg ich da auch, dass ich Raw Carbon Mesh in den Compressor tue. Die krieg ich da auch, dass ich 2 Raw Carbon Fibre zusammen crafte und die 2 Raw und Fibre krieg ich durch... Power Weiß Coal. Nein! Du brauchst... Äh... Von... Industrial Craft... Nein! Power Weiß Coal Terminal Expansion geht auch! Das tut uns mal nicht. Ja. Dann cheat ich's mir. Raw Carbon Fibre. Ja, wenn's nicht tut, dann... Ähm... Tut's nicht. Genau! Dann ist das nicht richtig. Krieg da 4 Stück raus. 1... 2... 3... 4... Ich bin kein Cheater. Nein! Ich bin kein Cheater. Löschen, löschen, löschen. Es funktioniert... Oh nein! Nein! Nicht Regen. Ich hab Regen angemacht. Moment. Los Arsch, Kaul! Schregen jetzt aus? Okay. Nein, das ist jetzt aus. 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 Ich bin Gott! Ich kann das Wetter steuern! Scheater. Scheater. Hacker. Los geht's! Arsch, Kaul! Stürm wie die Basis! Jetzt lass mich Fokus auf Scruff. Lalalalalalalalalalalalalalala Habt ihr euch das neuste Epic Moments von Spursy gesehen? Wer ist es? Nein, der hat meinem Intro... Laises hat sich grad nicht gefragt. Der hat meine Intro-Musik geklaut. Du meinst, du hast es von jemand anderem geklaut und dann hat er es auch genommen. Nein, das habe ich gespielt mit meiner Posaune, obwohl ich nur Granite und Saxofon spielte, aber trotzdem war das ich. Glaub ich dir nicht. Widerst mich an. Warum? Keine Ahnung, weil ich hier... Hallo, Hallo! Keine Ahnung, einfach so? Einfach so, weil... Weil, weil wegen, weil ist, weil, weil. Das sieht sehr wichtig aus. Was denn? Ich glaube, kann man Atombomben bauen? Au, ich glaube, ich... Sagt es nicht, Distronic. Aber es geht, es sagt es ihm einfach nicht. So, wir haben jetzt, brauchen wir noch die... Ja, äh... Mixed Metal Iron. Drei Iron Plates? Er wird so, es ist der Incompetenz an, dieses Ding zu bauen, weil das ist nämlich viel komplizierter wie... Einfach nur... Er guckt sich ein Video an und fertig. Drei Bronze... Ich glaube, ich habe gar keinen Bronze mehr. Ich wollte eigentlich in der Aufnahmesession mal die, ähm, Dings aufbauen. Die Crawl Raps habe ich aber voll vergessen. Äh, wie aktiviere ich dann die Energie in der Hose? Die Energie... Die Energie in der Hose. Ich glaube, glimmerts bumm. Was? Geil! Ach, guck mal hier. Selbstzellten. Selbstzellten. Ich glaube, man... Nämlich diesmal, dass es nicht so gut klappt mit der Zauberei. Ohohooo! Los geht's! Boah, Alter, ich verbrenne dich gleich, das tolle. Warte, warte. Dürfte ich mir noch drei Bronzeplatten von der Clown, Felix? Arschkaul. Moment. Halt, ich brauche ja mehr Hups Warte, warte Das ist jetzt zweimal Wieder weg Wieso? Oder du bist verrecken elendig Wieso? Drei Ich frage, wieso? 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 Oh man, du tötest mich die ganze Zeit Der Hand war doch nicht mal Ja Muss ich versuchen, nur klarer an deiner Basis zu bauen, oder was? Finde ich das schon an, muss ich jetzt versuchen Ich kann es nicht, aber ich will es versuchen Ja, ich kann es versuchen Moment, ich brauche mein Dings Mein Jetpack Mein Jetpack Ich habe eine Hand, damit die erwische ich dir Was war schon mit dem Arsgaul? Arsgaul Den gehört eigentlich Arsgaul Mir Also eigentlich 66, aber da ist nie mehr dabei Wie kämmen die überhaupt mit dem Wasser? Hey, der hat mir Arsgaul weggebracht Verdammt, heißt du Arsgaul Äh, 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 äh Was soll da machen? Das macht Arsgaul Äh, 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 äh,ёр Äh, 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 äh Anders GOT Так Scheiße Kummer Da gaat Das Sound du hast nicht genügend brauche mein gott hast du alles gleich gut naja ich gleich noch leben hätte noch eine letzte chance was hast du jetzt aus dem scheiß gekriegt brennende fledermäuse ich mache gerade ein bisschen branche mit deinem imigri ich lasse dir einen branche da stimme mal aufhören und kann ich ja nicht sterben oder okay ich werde ich fast gestorben ich komme zurück ja half life machen auf mich was gibt in den stadt und schiebt mal ein paar fledermäuse auf mich los greift sie hat los los beide mit jens los töte den los los verbrennt ihn los verbrennt ihn bitteschön viel spaß ich geh der stab ist cool nicht so wie der andere der noch blöcke bunt der stab hat wenigstens was drauf was macht eigentlich das schon nicht ach das ist gleich das schon nicht also nicht in meinem haus ich möchte nicht dass die quälerei in meinem haus hatte ich bin echt gleich tot ich habe sie getötet ich bräuchte sechster motoren die bau ich die guck ein verhindern denn auf items nach ja aber so wie ich die großen wie schwer warum was brauchst du dafür ach ich kriegste da muss ja okay servomotoren sind doch so einfach ich oder kürze ich suche ich einfach nur falsche servomotoren das sind die weißen da nein es gibt nur ein servomotor mit basic machine electric circle und zwei sollen und ja ja die habe ich vorher auch schon gemacht eben nicht an dem zeug rumgebastelt bis das endlich fertig war ach der servomotor hat nur anders ausgesehen ach das hat alles ach als ich das voll gekauft hat das voll komisch ausgesehen ich habe gedacht das gehört so lol okay interessant da 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 so ein mixed metal eignet ist schon cool ich mache es noch kurz das ding auf mein das letzte ding auf meinen brustplatte wenn ich noch nicht tief aufnahmen ist ja schon auch wieder für überhaupt vorbei für heute endlich keine falle wie lange musste ich noch bis zum neuen in die fahrschule gehen so rein theoretisch bin ich mit theoretisch durch was der nächste woche auch wieder um 8 oder wie bist du da ich weiß es nicht weil ich ja bogen schreiben muss noch was musst du erst bogen schreiben was so ok besser gar nicht erst mal ein bilden schreibt schreibt doch da mein schies man ja gut wenn man spiele werden immer verlacht wenn man wenn man bogen programmiert dann schreibt man ihn theoretisch schon nein man zeichnet ihn man muss ihn ja auch schreiben so gesehen muss sie nicht schreiben er muss ein programm für den schreiben das hat funktioniert ja doch nein das schreibt man nicht doch das zählt das zählt nicht als schreiben du brauchst gar nicht mal dann kommen wir sind jetzt sowieso fertig was war ja ich würde auch von fredermäusen verfolgt meine güte so da will ich sagen was mit alles kommt voll die traurige musik so zum ende ist es vorbei ja dann war es mit der weiteren folge von minecraft alpha wenn es euch gefallen hat daumen nach oben kommentar wird uns freuen links erst in folge der playlist befindet sich unten in der beschreibung und auch als schluss medien links für youtube facebook proxer hitbox wieder instagram und auch die kanäle vom lieben roman vom lieben felix und von lieben weil es sind unten verlinkt wir sagen tschüss wünschen auch noch einen schönen tag zu seinem mittwoch wieder und ja was ist noch zu sagen außer tschüss silly ich habe gar nicht das video wenn wir wenn wenn ihr roman witziger findet als patrick geben daumen runter ja du bist viele daumen runter haben patrick ich bin aber auch toll naja aber ich bin einfach toller können wir jetzt einfach tschüss sagen fertig ich bin einfach toller tschüss ja